AHHHHH! Scheiß drauf. AHHHHH! Logos, was geht ab Freunde? Willkommen zu einem neuen Video. Heute entscheiden 11 Streamer mein FIFA Team und nicht nur Deutsche, sondern auch Englische. Aber wir fangen an bei den deutschen Streamern. Wir haben ein komplett leeres Team und jeder Streamer darf sich einen Spieler auswählen. Und wir fangen an bei, okay, eigentlich ein TikToker, aber auch ein Streamer. Gib mir ein Spieler für Video, sag ein. guck in den chat! guck in den chat b**ch! guck in den chat b**ch! ich hab nicht gehört. christiano ronaldo, bruder. christiano ronaldo direkt zu anfang und boom gesniped. christiano ronaldo. und jetzt gehen wir zum nächsten streamer. kuzeng, gta streamer. sag mir ein spieler fürs video. riyad mares. und da haben wir unseren rechten flügel. riyad mares. kommen wir jetzt zu fifa. sag mal ein spieler für video. guck mal da oben. sag mal ein spieler für video. hol einen von den sing. es gibt viele inder, die heißen sing. hol mal einen sing. sing. hol sing. ist eine schöne bronze karte, kann man überall spielen. die empfehle ich dir. du kannst dir sogar aussuchen welchen sing. es gibt viele singen. s-i-n-g-h mein lieber. jo es gibt wirklich sehr viele sings. nehmen wir den besten. boom! komm mit meinem team sing. und damit haben wir unsere ersten drei spieler. okay, gehen wir jetzt zu rohard. dann lohnt sich das gar nichts mit euch zu sagen. bro was passiert hier? er fährt mit einem polizeiauto. was für ein video, hamid. einfach ein video. sag doch einfach. youtube video. ey, sag doch mal den scheiß spieler. weil ich kann jetzt schlicht einfach sagen, so und so. du musst nur sagen, was du gerne hättest. fußballspieler. jazinho. ey, er hat geantwortet. endlich. den haben wir chat. let's go. wir müssen unsere aufstellung ändern, damit wir zwei rechte flügel spielen können. aber es ist ein guter spieler, deswegen bin ich zufrieden. und damit sieht unser team am anfang so aus. machen wir weiter. sag mal. ich glaube. ein spieler. es wird halt einfach. video. bitte. ich sag sogar bitte. sag mal irgendein spieler fürs video bitte. okay, warte mal. ey, antworte direkt. irgendein spieler. ja. ist egal wer. ja. hamad. für dein wunderschönes video wünsche ich mir henrik matriciani. danke. warum macht ihr das mit mir? warum macht ihr das mit mir? warum macht ihr das mit mir? dir das doch einen spieler nennt, digga. sag doch einen guten spieler. wer ist henrik matriciani? nein. ha ha ha. ha ha ha. scheiß schalke. aber wir müssen respektieren, dass broski wenigstens als direkt geantwortet hat. okay, wir versuchen jetzt elias. haben und nicht haben. bro, ich werde viermal reinschreiben müssen. wir brauchen die decke wieder. hamad img, was kann ich nehmen? sag mal ein spieler für video. sag mal. niggas wilson, sag mal. okay. willisam. es ist eine bronzekarte, aber sie hat 82 tempo. wir spielen ihn als joker in der position, die noch frei bleibt einfach. damit haben wir alle streamer, den ich folge, durch eigentlich, die ich so fragen würde. machen wir jetzt noch zwei. ah, ich weiß was. name a footballer for my video, please. ja. ja. name a footballer. a footballer? yes. oh, soccer. soccer? was für soccer bitch? messi hat sie gesagt. keine bitch. keine bitch. sorry, ich nehme es zurück. wir haben jetzt drei rechte flügel. damit bleiben noch drei positionen übrig. wir überraschen jetzt einen streamer mit ganz, ganz wenig zuschauern. so. und jetzt gehen wir auf irgendeinen mit wenig zuschauer. mhm. 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 ey. 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 kennt mich. okay, wie donated, man. hier. ich hab, ich hab donated. oha. 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 man hat's nicht gesehen. was? warte mal, Hamed, Digga. was passiert hier? bruder, Hamed, dank für die 100 Euro. ich küss auf dein Herz. ja, aber sag ein Spieler. Hamed zuhause wie ein Gold, bruder. ich schwöre, das war so witzig. ey, sag den Spieler nicht. ich hab 100 Euro donated. hippie dank frei, follow. basti dank frei, follow. bedo. ich hab 100 Euro donated. hier. der hier. das beste ding war immer noch. er hat venerbache logo. venerbache champignon. und gavi ist zwar, äh. aber er passt perfekt ins team, weil wir noch keine mittelfeldspieler haben. okay, wir nehmen hier einfach das video hier. das ist von speed. okay, ich weiß nicht wen, welchen fußballspieler er da sagt. er hat, es ist irgendein random fußballspieler. monahamaru. don, donnarumma. das ist sogar gut. wir hatten kein torwart. donnarumma ist im team, baby. sag ein spieler fürs video. sag ein spieler fürs video. paul will. von dynamo dresden. zdm. hat ein gutes rating. 66. 66. ooohh. 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 immerhin passt er in unser team. ok. und damit haben wir noch einen innenverteidiger frei, den Casey entscheiden darf. auf chinesisch noch mal damit das versteht ja alle gleich ja also ich weiß halt nicht ihr müsst selber wissen ob ihr noch investiert ich schreibe es mal anders vielleicht versteht er das glaube ich schon 2k hoch und so und auch ich habe die gestern geöffnet sagt mir ein spieler für das video er hat verstanden ein spieler für das video die schon lang wir packen gekauft und er kommt in die innenverteidigung und wenn wir mit dem team die weekend die quali nicht gewinnen dann müssen wir es diskarten wir gehen rein ins erste spiel eigentor nein ich will jazinho nicht diskarten wir müssen den ball vorne halten nein 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 2-0 für den gegner nein wie ist er nicht reingegangen cristiano ronaldo komm schon bitte ich muss das machen ich habe keine chance mehr steht 6 1 das erste spiel verloren nein 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 sommer 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 adama traurig ich habe mich nicht getraut mit paul zu schießen ich hätte es aber vielleicht machen sollen nicht richtig ein neuer poisise Scheiße. Dieses kein Tor kassieren ist einfach schwitze. Ja, denke das war es. Zweite Niederlage. Oh nein, er hat ein galer Tazarei-Wappen. Oh mein Gott. Er will wieder sweaten. Diesmal schafft er es. Diesmal schafft er es. Torwart bewegt, aber es hat nichts gebracht. Komm, Jacinio. Nein, wie kann das sein? Ja, Willi. Ja. Nein, Willi. Nein. Ernsthaft. Ja, Messi, bitte. Ja. Endlich. Wieder ein Tor. Diesmal mit Messi. Messi. Der Goat. Nein. Okay, das war es. Ich muss es aufgeben. Drei Niederlagen nacheinander. Bitte ein einfaches Team. Nein. Nein. Ja. 1-0. Das erste Mal sind wir in Führung gegangen. Das allererste Mal. Nein. Oh Mann, wir konnten das nicht mal lange halten. Bitte abseits. Bitte abseits. Bitte abseits. Bitte abseits. Es war kein Abseits. Es war wieder kein Abseits. Es war wieder kein Abseits. Ja. Ja. Let's go, Chat. Let's go. Gerade so noch gerettet auf der Linie. Ah. Das ist echt nicht cool, Chat. Das ist Realtalk nicht cool gerade. Es ist. Ich habe ein Disconnect bekommen. Ein scheiß Disconnect. Digga, wir haben noch sechs Spiele. Wir müssen vier gewinnen. Das ist aber extrem unfair gerade. Wir haben ein Disconnect bekommen. Alles gut. Nein. Bitte. Bitte. Nein. Wieso? Ja. Let's go. 2-1. Jairzinho. Du machst ein Tor, um dich selbst zu retten. Bitte hol uns einen Sieg. Abseits. Könnte sein. Es war kein Abseits. Digga. Gott, wir sind wieder da. Let's go, Chat. Let's fucking go. Nein. Bitte. 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 Nein. 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 Guckt euch das an. Wisst ihr, wie schwer das ist? Wie viele Lücken hier überall sind? Es geht einfach nicht. Du kannst nichts machen. Ernsthaft. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, von denen wir vier gewinnen müssen. Wenn nicht, diskarten wir hier mehr als vier Millionen Münzen. Man muss an seine Ziele glauben. Bitte gib mir einen schlechten Gegner. Ja. Ja. Eins, eins. Ja. Zwei, eins. Ja. Jairzinho, mach noch ein Tor. Mach dich unsterblich, Jairzinho. Mach dich unsterblich. Mach dich unsterblich. Jairzinho. Ja. Ja. Er geht auch gleich raus. Ja. 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 So scheiß wichtig. Wir müssen jetzt gewinnen, Chat. Oh nein. Ja. Der perfekte Ball. Und das perfekte Tor. Ich liebe Ronaldo. Ich liebe Ronaldo. Ja. So verdammt wichtig. Messi. Das muss ich öfter mit Messi machen. Messi. 4-0, bitch. Raus. Direktes Tor für den Gegner. Oh mein Gott. Ja. Und da haben wir unser erstes Tor. Genau den wollen wir nämlich nicht diskarten. Genau den. Ja. Ja. Was hab ich da gemacht? Ja. 4-2. Was passiert hier? Let's go. Wir haben gewonnen. Und deswegen solltet ihr niemals aufgeben. Bitte, bitte, bitte. Ein schlechter Gegner. Türkische Liga. Ja. Ja. Das zählt. Chat. 2-0. Ah. Schwenktes Tor. Zul. 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 Ja. 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 Es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Und was werden wir daraus? Gebt niemals eure Ziele auf. Egal wie scheiße es aussieht. Wir haben 5 Spiele hintereinander verloren. Und dann 4 Spiele hintereinander gewonnen. Und damit haben wir unsere Spieler gerettet. Und die Weekend League Quali geschafft. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach unten da. Ich hab's geschafft. Ich hab's einfach geschafft. Einfach geschafft. und da. Das war's.